Willkommen zurück zu RISEN 1. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen aufgeräumt. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen aufgeräumt. Wir müssen mal weitergehen. Wir müssen weitergehen. Es wird nicht weitergehen. Wir müssen noch weitergehen. Wir müssen noch weitergehen. ich mache meine umgebung ein bisschen zunutze ja 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 Hallo. Nein, warte mal. Das ist ein Kampion, oder? Okay, der ist eindeutig zu stark. Ähm, dafür bräuchte ich mal ein bisschen Magie. Ähm, könnten noch... Gut. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt viel Platz hier länger. Für welche Westmaniere braucht es nochmal? Jo, bräuchte aus. Das ist ein Kampion, das ist ein Kampion, das ist ein Kampion. Das ist ein Kampion. Ja! Oh! Ja! He! Okay, dann machen wir noch eine. Das ist ein Kampion, das ist ein Kampion. Ja! 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 Hä! Schweinescheiße, überall Schweinescheiße! Ich krieg hier noch Brechreiz. Was? Was ist denn los? Hey Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum. Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen. Die Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Und da unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan der Grabmotten. Die Grabmotten sind erledigt. Na endlich! Dann kann ich die Schweine wieder alleine lassen. Ich bin übrigens Bruce, ehemaliger Gefangener der Hafenstadt und jetzt Rekrut des Ordens. Und Schweinehirt. Dank dir ist das jetzt vorbei. Hier, nimm diese Münzen als Dank. Sieht genauso aus wie Gott. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Was ist hier mit dir? Ja, okay. Kein Wunder, dass die Pflanzen nicht ankommen. Ne? Wer raucht sich einen hier? Der Sakura. Hallo! Bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Meister Abrax schickt mich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin. Nur ein paar Pflanzen suchen, hat er gesagt. Aber irgendwie ist alles schief gelaufen. Ganz ruhig, alles der Reihe nach. Was ist passiert? Barry und ich sind von Meister Abrax beauftragt worden. Das weiß ich alles. Was ist dann passiert? Also gut. Als wir im Wald waren, haben wir uns getrennt. Oh, das klingt ja nach einem Spitzenplan. Wir dachten, so finden wir die Pflanzen schneller. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hast du Barry gesucht? Bist du bescheuert? In diesem Wald setze ich keinen Fuß mehr. Lieber bleibe ich meinen Lebtag-Novize. Bestimmt hat ihn irgendein Monster gefressen. Die aus den Ruinen. Wann hast du Barry zuletzt gesehen? Im Wald, als wir uns getrennt haben. Und wann war das? Vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht genau. Du sollst in die Vulkanfestung zurückkehren. Aber was ist mit Barry? Und den Pflanzen? Darum kümmere ich mich. Gib mir deine Pflanzen. Aber... Du gehst in die Vulkanfestung und ich besorge die Pflanzen. Also her damit. Also gut. Hier. Ich suche nur noch ein paar Sachen zusammen und mach mich dann auf den Weg. Und immer schön auf dem Weg bleiben. Guck mal kurz auf die Liste. Guck mal kurz auf die Liste. Guck mal kurz auf die Liste. Guck mal kurz auf den Weg. Eigentlich haben wir ja schon net daten. Ehhmm. Harryregter Volt. Was ist denn das? Was ist denn der Ruine? Achja, wette nicht. Ist denn hier in der Ruine? Achja. Let'ste nicht. ich kann mich später permanent zu trinken machen ja 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 Komm. 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 Er hat bestimmt einfach einen Stopp gemacht. Er hat die Chance ergriffen. Aber wie könnte er sein? Ich bin süß in den Schlamm. Okay. Oh. Nein. Alter. Meine Fresse. Oh. Alter. Ich wäre fast draufgegangen, weil mich so ein dummer Baum geblockt hat. Oh Gott, ey. Na, hören wir noch, Barry. Hören wir noch mal. Wir haben keiner. Hm. Ja. Ne, nicht wie hier sind Stärke mit. Den legen ich mich noch nicht an. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Was haben wir da? Ah. Das zeigt uns nicht. Apokristall. Wir sollten sowieso zurückgehen. Ähm. Aber vorher geh ich noch in die Ruine rein. Ähm. So. Heroine kennel. Hm. Immer ein Teilhänge am Teilhänge. Ja. Na wo. Hier, die können wir noch. Ja. So. Ähm. Hm. Ich dachte eigentlich, dass ich durch den Schalter, den ich gedrückt habe, die Falle deaktiviere. Aber gut. Hm. Hm. Jetzt müssen wir sie ja mal wieder. Ja. Nein. Nein. Obwohl wir es tun akartiert. Eh. Ja. Ja. Mh. Oh, come on. Come? Ich bin jetzt nicht mehr so. Ich bin jetzt nicht mehr so. Ich bin jetzt auf dem Kopf. Ich bin jetzt nicht mehr so. Komm schon, springen! Komm schon, springen! Ja! Ja! Ha! Ah, das will ich nicht mehr. Komm schon, springen! Okay. Komm? Komm schon, komm! Komm schon, springen! Ja, ich wollte nicht mehr springen! Ich hab nur noch ein paar Worte! Ich hab nur noch ein paar Worte! Komm schon! Ja! Ja! Das war's. Das war's. Jetzt hab ich dir. Spassion. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Spassion. Okay, dann haben wir das ja auch erledigt. Nimmst du denn? Mal gucken. Hey du! Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf. Mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Wir Jungs aus der Vulkanfestung müssen zusammenhalten. Also wenn du Ärger machst, fällt das auf uns alle zurück. Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf. Und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich pass hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster. Haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Okay. Alles klar bei dir? Dann würde ich mal sagen, geben wir jetzt mal kurz die Ruinen. Festung zurück. Geben dort alles ab. Ja. Es sieht jetzt nicht... Ehm... Ja. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir haben keine Waffe, oder? Es sieht immer... Also So. So, und den Vater... Das war auch nicht anders zu erwarten. Ich kann jetzt nicht. Du, das ist gerade ganz schlecht. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Das ist zu riskant. Du sollst mir eine Belohnung geben. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar. Die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist abgebrochen. Geht doch. Schnell weg hier. Na gut, dann gehen wir jetzt zurück in die bekannte Summe. Dann mache ich die Folge heute etwas länger. Dann machen wir heute mal 30 Minuten. Das wird mir auch ein bisschen was erreichen jetzt hier in dieser Folge. Ich habe nicht irgendwo so ein... Man weiß nicht mehr... Chup. Mit... Manna. Oh, okay. Ich hab die Artefakte von Severin bekommen. Die Artefakte? Sehr schön. Hm, was ist denn das? Diese Scheibe sieht merkwürdig aus. Hm, das dürfte Mendoza interessieren. Was dich angeht. Du hast gute Arbeit geleistet. Und mir dafür eine Belohnung verdient? Meinetwegen kannst du eines unserer Artefakte bekommen. Aber nur eins. Spruchrolle Berserker. Gib mir die Spruchrolle. Stärke bedeutet nicht alles. Aber nimm die Spruchrolle ruhig. Ich hab mit Severin gesprochen. Und? Severin will weitere Kisten in die Vulkanfestung schicken. Gut, dann kann ich hier weitermachen. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Okay. Ähm, ich geh mit dem Fignatio. Ich hab einen Feuerkristall gefunden. Ich habe nicht daran gezweifelt. Wenn du soweit bist, werden wir mit dem Studium der Kristallmagie beginnen. Und wenn deine anderen Prüfungen erledigt sind, werden wir dich in den Bund der Magier aufnehmen. Meister Illumar hat mich das Schreiben der Spruchrollen gelehrt. Eine Kunst, die dein Leben retten kann. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Das Rätsel von Meister Vitus habe ich gelöst. Seine seltsamen Prüfungen sind zwar umstritten, aber anscheinend hat es ja geklappt. Ich habe Meister Cyrus die Artefakte gebracht. Diese Artefakte waren sehr wichtig für uns. Damit hast du dir unser Vertrauen verdient. Okay, ich weiß noch, ob ich den Bund und zwar zum Abwrackst. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, in der Bücherei müsste ich den ganzen Weg wieder in der Nauten schicken. Hier sind deine Pflanzen. Oh ja, das ging ja schnell. Du hast deine Aufgabe vorbildlich gelöst und daher meine Prüfung bestanden. Ich hoffe, du nimmst das als Ansporn, noch mehr zu lernen und dich stetig zu verbessern. Danke, Meister. Was ist mit den Novizen? Barry ist tot. Das tut mir leid. Wahrscheinlich habe ich die Gefahren da draußen unterschätzt. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Hier, für deine Mühen. Sakura ist auf dem Weg hierher. Ich habe ihn beim Wald gefunden. Gut gemacht. Wahrscheinlich ist Sakura noch nicht so weit. Ich muss ihn noch besser ausbilden. Hier, das ist für dich. Okay. Dann gehen wir mal zu Ignatius. Und dann haben eigentlich alle Prüfungen bestanden, außer die von Palas. Palas müssen wir in die Hafenstadt. Wenn ich das fällig schön kriegen. Meister Abrax ist mit mir zufrieden. Gut. Dann muss ich Palas auch noch machen. Dann muss ich Palas auch noch machen. Ähm. Hm. Ähm. Was ist denn der Meiste? Hm. Ähm. Ähm. Vielen Dank. Und jetzt Richtung Hafenstadt. Und jetzt Richtung Hafenstadt. Aber ich würde gerne noch Taschendiebstahl und so meistern. Das ist ein magischer Räuber. Ich meine, wir können ja trotzdem unsere Charakter behalten. Ich spiele es eigentlich immer so, dass ich möglichst alles schaue, was mir in die Hände kommt. Alle Kisten öffnet. Weil man weiß, da könnte eine gute Waffe drin sein. Alles Mögliche. Warum das liegen lassen. Hm. Ähm. Okay. Ich würde aber sagen, in 30 Minuten sind es ja schon um. Und ich mache ja eigentlich ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.